Ich bin Stefan Hersche, komme von Appenzell und trete die Schweiz als Maurer an die Euroskills in Budapest. Für mich ist das Grösste, als Maurer arbeiten zu können, weil man den Alltag vorausgehen kann und sich körperlich betätigen kann. Die Maurer wollte ich schon seit ich klein bin. So kamen Häuser und viele andere Bäume, weil das das wichtigste im Leben ist. Ein Dach über dem Kopf. Das bedeutet für mich, dass ich an die Euroskills mitmachen kann, weil man einen Stolz hat, um den Beruf der Maurer zu repräsentieren. Meine Hoffnung an die Euroskills ist, dass ich meine bestmöglichen Leistungen anrufen kann und so mich von der besten Seite zeigen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin unterstützt von Heimen und Budapest, aber auch vom Experten, der mich auf diese schwierige Aufgabe trainiert.